Wir brauchen mehr Damage. Wait, ich kann doch hier einfach wieder mich dran setzen. Anstatt hier halb gar weiter zu laufen, können wir hier doch... Oh, das ist sogar der Weg, den wir gehen müssen. Klar, hinter dem Kacheln geht es ja weiter. Die Fähigkeit ist cool mit dem erhöhten Schaden nach einem besiegten Gegner für die Nicht-Boss-Passagen. Hallo? Ah ja. LOL! Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Direkt noch eins. Hey, Feuer! Hier können wir wieder unser einziges Relikt benutzen. Was ich denke, wir... Ich denke, wir haben so einige verpasst. Ich kann mir vorstellen, dass es hier so ein paar Explodierer gibt. Wir müssen... Aber... call it wenn die dinge ein bad geraten extrudien oder generell einfach generell beweg die man nicht so viel Feuer, Feuerfleetermaus yo warte mal wir haben da auch wieder ein bisschen mehr mana ich finde schön dass dieser geist ist das geist ist jetzt gar kein problem ist fancy ich habe mich pecheln lassen von dem scheiß ich gehe da woanders lang lass mich doch nicht einfach so abknallen jawoll so nämlich das ist das ist das ist Bis zum nächsten Mal. Ah. Gratis-Geist-Funke. Immer eine Wonne. Ja, boah. Okay, wie kommen wir da... Aua, wie kommen wir da rüber? Okay. Not bad damage, eh? Okay, ich dachte, er würde auch noch mal explodieren. Oh, ja, geil. Okay. 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 Nach dem Heep explodiert sie also nicht mehr. Setzlinge vom Berg liegen tight. Okay. Die Duplikate. Okay. Wie geht's gut? Aus dem Leben gehackt. Es ist ja so. Hmm, wie es das Rüben ist. Ja, 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 ja. der deutsch könig zu schade für euch zwischenboss ist viel platz für den auf den arsch und und Ja! komplett leer suppeln den scheiß mal wiederholen das ist halt was ist das da war doch kein kein schwerer gegner jetzt kritische treffer chance und schaden gift resistenz 20 mehr leben na ja wir haben auch guten damage dabei der headbutt der macht halt auch gut damage fast wanted let's go ja 1, 2, 3 und wieder voll Danke für die Blumen Was ist das denn? Yo, hey Oh mein Gott Oh, der Rebe Ja, damit Gift macht jetzt eh noch kaum Schaden wie man sieht Es gibt irgendwie zu viele noch Duftreben, oder? Klar, es gibt verschiedene Gurten, aber Man hat sich ja schnell für eine geeinigt Den hat man schon mal Verstärkte Ginseng-Kügelchen Aha Noch mehr Material in der Leere Daher Gut, dann gehen Können wir jetzt ja eigentlich da lang gehen, wo wir lang gehen sollen Durch die Tür Gut, dann gehen wir jetzt Hilfe 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 Was passiert hier gerade? Erst nochmal hier, den optionalen Pfad, Mann. Okay. Oh, hier sind ganz viele Faces. Okay. Jetzt sind wir gleich mal beim Karren. Oh, das sieht gut aus. Okay. 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 Zwei von fünf. Sehr nice. So schnell kannst du gehen. Ja, ich bin da unterwegs, Mann. Oh. Oh, der Fuchs. Oh. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, man kann ihn damit treffen, save call Ja, man kann ihn nicht aufhören! 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 Ja, das war's! die Köpfe Die Köpfe Die Köpfe Die Köpfe Die Köpfe Das war so close Danke für mich Ich bin die Bull-Klinge Ping-Ping Scheiße Der Bull-Klinge hat keine Kinder Darf ich mich schrauben? Ich weiß, wer du bist Meine Mutter ist die Prinzessin Fairfax Sie hat sie getötet Ich bin mit meinem Vater Nachdem meine Mutter sterben habe ich mit meinem Vater seine Frau, Prinzessin Rikshasi hat mich in als seine eigene später Bruder zurück von Bodhisattva Gwanyin und wir uns wiederholfen Wir hatten ein paar ruhige Tage Mein Bruder war kind zu mir und zu unseren Eltern Aber nicht lange lange er hat sich verändert er hat sich seine alten Truppen für eine Kugel Imprisoniert der Vater hat sich die Mutter unter Strict Ich... Ich hatte nicht mehr woanders Ich musste nach Hilfe Aber nach dem Platz seine Minions auf mich Der Bull-Klinge ist Wukong und ich nicht Rakshasi ist auch Und Sie wollen mich haben die 18 und für der Und ich muss mal wieder laufen. Und jetzt stehe ich hier wieder alleine, weißt du? Darum gucke ich mich erstmal um meine Höhle um. So, mehr Mana, mehr Mana, mehr Mana, Mana, Mana. So, wäre ich so eine gute Idee, nochmal zurückzulaufen? Nö. Mache ich's trotzdem? Jo. Werde ich belohnt dafür? Wahrscheinlich nicht. Aber ich mach's für mein Gewissen. Ah ja. Mhm. Ich habe nichts verpasst. Wenn das alles war. Nope. Tatsächlich. Lohnt es sich. Ein Relikt noch. Bernstein Gebetsperlen. Na ja. It's alright. Da sind wir die fünf Angriff aber lieber. Ja. Das war's dann. Ja, hat sich doch gelohnt, oder? Eine kleine Rarität. Mitnehmen. Geht bestimmt auch in den Chiefman, wenn wir alle haben. Aber wir werden beim Weitem erstmal nicht alle finden. Schau mal, es gibt dann noch so einen New Game Plus oder so. Oder, oder, ähm, man weiß, wenn man in den Endboss geht, in den Endkampf geht, damit man quasi nochmal zurückgehen kann und alle, alle Bosse platt macht, die man vergessen hat. Oder wenn ich weiß, dass es der, der letzte Boss ist, lasse ich mich umbringen und mache dann alle, alle Bosse. Oder versuche alle zu finden. Mal gucken. Der Ober hat bestimmt noch ein bisschen Zeit, hä? Na, Tatsache. Aschgrauer Pass 2. Oh. Was haben wir da denn Feines? Mehr Leben. Geil. Wie viel Leben kann man haben? Ich habe einen Pogge mit dir gesagt, dass ich gerade jetzt ein bisschen was. Ich habe mich nicht mehr verletzt, aber er hat so viel Stilität. Mein Bruder und Minions sind überall. Bleib bei mir, Kind Monkey. Bruder und ich haben immer gespielt dort. Die Valiant 6 haben ihre Waffe in uns amusen. Wie Spaß haben wir zusammen. Ich werde durch diese Halle. Toll, danke. Ladebildschirm. Willst du mich... Spiel ich hier jetzt? Ghost of Tsushima oder was? Folge dem Fuchs. Ähm... Ähm... Also... Also... Eine Seele. Wie weit darf man? Okay. Die Valiant. Was? 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 Down this cliff, there is a secret passage to her palace. She should be there, but she'd never give you the fan to be used against her precious son. It's a super end landing. Was zum Fick? Fucking Feuer! Manchmal sind die Porter so oft da. Da hätte man sich aber auch sparen können, da waren ja keine Gegner oder so. Da war ja quasi nichts zu holen. Bis jetzt. Jesus. Wo ist unser Pferd? Wir brauchen unser Pferd. Erschreckt doch uns. Erschreckt mich doch nicht so. Lammenmittler. Let me guess. Was? Macht Feuerschutz. Was? Ja. Kurze Zeit die Brandresistenz. Naja. Ja, ja. Wer hätte das ahnen können? Was? Ja. Ja. Ja, ja. Ich bin so excited. Ja. Ja. Aber. Ja. 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 Oh, warte mal. Oh, my God. Look. Monkey. No. This one is much weaker. Not known. Master. Monkey. Same thing. You fool, Master. You have nothing to do. Never mind. Master of trouble. Be fast and swift. Oh, my God. 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 Ich habe ja gar kein Damage. Muss ich vielleicht gar nicht, äh... Vielleicht, weil ich nicht ausgerüstet habe. Vielleicht. Oh, Kuhnstahl. Mythisch. Ja, muss an dem... Ding liegen. Ja, dann ist das hier ja entspannt. Wenn ich einfach so über Lava laufen kann, ne? Ekelhaft. Ich habe eben hier noch einen Schatz gesehen. Das ist nicht der Schatz. Ah. Oh. Feuerdattel. Beide hier. Irgendwo war da noch eine Kiste. Ich bin hier runter. Ah. Vielleicht auch nicht. Ich bin hier runter. mit feuer attacken geilo das ding jetzt aber kaputt wo ich muss es aktivieren und in death i desire for the complete and final cessation the life for the cards demise i team it worthy if you can't stream me from his evil you should walk away Von der Tod ist das Leben, und von der Tod ist das Leben, die Tod ist das Leben. Ich sollte ihn überraschern, weil ich mit Kinds-Würfe bin. Du sollst jetzt departen. Mein Körper wurde verabschiedet. Ich bedanke mich, um meine Säule in Frieden zu verlassen. Was? Geh! Geh jetzt! Meine Säule werden sich verabschiedet. Ich bedanke mich, um zu stoppen. Ich bedanke mich, um zu stoppen. Ich sollte mich nicht verlassen. Ich kann mich nicht in Frieden, bevor ich mein Körper aus der Schmerzen bin. Irgendwann. Hm. Wie kaum kriegen wir seine Dunkelheit weg, hm? Ich habe kein Schlüsselschwert, also muss das irgendwie anders gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Lava mir so wenig Angst macht in dem Gehirn. Herausforderung! Ich habe mir gesagt... Was? Wut? Wut? Zur Seite Oh, da ist äh Mr. Big Boy Yeah Ein bisschen Mana wiederholen Erdrak Shasha Ist das eine gute Kiste oder ist eine gute Kiste? Die leicht roten sind gute Kisten Sehr gute Kiste Brave Kiste Ähm, okay Oh, da ist das eine gute Kiste? Erdrak Shasha Der Spind Erdrak Shasha Erdrak Shasha Unde Erdrak Shasha ja easy ich wusste ja dass er hier ist kappa einfach aus versehen hinter ihm gelandet passiert den besten wie komme ich hier überhaupt hin ich bin in der Luft so wo sind wir hier ah ah na guck mal easy peasy der hat da auch ein material für eine waffe oder eine rüstung was auch geil ist hier sind wir links lang gelaufen also gehen wir jetzt rechts lang aus dem weg jungen erschreckt mir nicht so oh ja boss fight hier 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 Halt! Intruders! To the Princess Palace Face! Death! I'm blind! I'm blind! My eyes! My eyes! I'm blind! I'm blind! I'm blind! Oh! Okay, das wird ein interessanter Kombo. Boah, da gab's jetzt keinen, äh... Kein neues, äh... Speicher-Dings... Oh, warte mal. Mhm. Guck mal genau. Das hier ist, äh... Wenn wir den tragen, ähm... Und uns dann vergiften, machen wir mehr Damage. Aber was ist denn das Ding, was ich eingesammelt habe? Damit kann ich noch nix bauen? Scheinbar. Damit kann ich auch noch nix bauen? Scheinbar. Damit kann ich auch noch nix bauen, scheinbar. Hm... Hm... Ja, das lohnt nicht, oder? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ain't nobody got time for that. For this. Alter. Gar nicht der VDF hier. Okay. Okay. Okay, time to go. No, here comes the trick. Here I go. Oh, no! Es ist nicht so, es scheint! Meine Augen! Meine Augen! Ich bin blind! Oh, ich bin blind! Ich bin blind! Oh, ich bin blind! Ich bin blind! Was ist Dreams? Die Augen! Die Augen! Das versteckt euch! Oh, nein! Ich bin blind! Ich bin ein Augen-Geräusch! Ich kann nicht sehen, was ich? Was ist das? Wo ist er? Meine Augen sind auf ihn! Stopp! Jetzt kommt der Trich! Ich bin Gott! Ich bin Gott! Ein! 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 Die Möge! Die Möge! Die Möge! Das ist so gut! so nämlich am anfang ein bisschen überwältigt sehr gut